Aha, das hier ist also die Straßenbahngarage. Na, hier werde ich doch einiges rauskriegen können. Ah, sagen Sie, kann man die Bahn nicht irgendwie tunen, schneller machen? Nee, das würde doch den Bürgermeister überzeugen und... Ach, was ist das denn? Offenes Cockpit, ein Schienenrennwagen? Nee, das ist unsere Museumsecke. Und das ist eine Straßenbahn von 1903. Wenn ich mir das so vorstelle... Hier stand dann der Fahrer bei Wind und Wetter und trotz des Schweih und Eiseskälte und vorbitte. Wenn jemand aussteigen wollte, zog der Schaffner an der Strippe. Es klingelte und der Fahrer hielt. Angefangen hat es aber noch viel früher.